Jo Freunde, was haben wir heute schönes? Guckt es euch mal an. Ein altes Aquarium. Was macht man damit schönes? Zeigt euch gleich vor. Video wird korrekt gestartet. In dieser neuen Fernbedienung hier. Kann man nur empfehlen. Das war mit bei diesem kleinen winzig Kamerastativ, was wir bei Amazon bestellt haben. Fotopro. Kann man ja mal googeln, aber ich finde das Ding ganz praktisch. Jedenfalls, was will ich zeigen? Viele bauen ja so ein Terrarium, sage ich jetzt mal. Mit so einem immerwährenden Gewächshaus oder wie man das nennen möchte. Naja, ich schließe es nicht schluftdicht ab. Darauf lege ich nicht so Wert. Ich will hier nur so ein kleines Experiment machen, was aus Waldboden wird, wenn man sich das reinholt. Naja, wir haben das korrekt im Wald erbeutet. Nacht und Nebel. Angehalten. Schnell eingesammelt. Bevor wir von irgendwelchen Wölfen gelissen werden, wird korrekt geöffnet. Mit einem schönen Karamid. Oder dazu kann ich später nochmal was erzählen. Damit wird jetzt die Mülltüte erstrochen. Und aufgeschliffst. Kann man hier schön sehen. Naja, stelle doch. So, dann wird hier geschüttelt. Zack. Und wunderbarer, echt biologischer Waldboden wird hier eingekippt. Ganz lustlos. So, schön alles rein. Alle Pflanzen sollen hier selbe Chancen haben. Und deswegen wird jedes Krümelchen herausgeschüttelt. Oh, wer weiß, was wir uns da jetzt schon für Killerinsekten mit eingesammelt haben. Tüte, weg. Ja, weiter ist das hier auch nichts Besonderes. Wird jetzt schön die Erde verteilt. Wir machen da jetzt auch keinen komplizierten Schnickschnack. Irgendwie. Das wird nur ein einfaches Experiment. Naja, da schaufelt man jetzt hier irgendwie die Erde ein bisschen breit. So. So. Hier ist ja schon ein Pflänzchen drin. Ups. Da wächst schon was. Naja, das lassen wir natürlich drin. Machen wir hier mal nicht. So einen komplizierten Heckmeck. Na, ist vielleicht ein bisschen Erde, wenig drin. Naja, ich wollte auch nicht den ganzen Wald leer angeln. Oh. Na, schön breit gemacht, das Ganze. Und dann gucken wir mal, wie die Natur sich hier entwickelt. Ich finde das schon mal hochinteressant. Wie sieht das aus in der Kameraeinstellung? Na, ist doch schön. Ja, wir haben sogar uns in Unkosten gestürzt und haben teure Aquarium-Deko besorgt. Ich meine, man soll ja auch hinterher mal sehen, es darf nicht zu langweilig werden. Schlitz. Noll. Ich sehe gerade, den Zooladen gekauft. Das haben die Kollegen gemacht, um mich zu überraschen. Weil ich wollte eigentlich schon immer so ein Ding basteln. 10,99 Euro. Ich glaube es ja bald nicht. Leute, Leute, Leute. 10,99 Euro. Ein so ein Teil. Na, Teil 2. Stellen wir hiermit einfach dazu. Kann man ja später rausnehmen. Es ist ja bloß dafür, dass es nicht zu langweilig wird, wenn wir das jetzt filmen. Weil ich weiß nicht, ob da in nächster Zeit was wachsen wird. Das dauert wohl auch eine ganze Zeit lang. Wie gesagt, wenn man so ein richtiges, ewiges Gewächshaus anrichten möchte, kommt ein Schälchen mit Wasser rein. Hier oben kommt eine Glasplatte drauf. Und dann bildet sich da drin ein Mikroklima, wo die Pflanzen ihren eigenen Sauerstoff erzeugen. Was weiß ich. Photosynthese. Könnt ihr alles euch selber belesen. Und da bildet sich drin so ein Kreislauf mit Wasser, was kondensiert an den Scheiben runterläuft. Den Boden wässert. Na, wie eben so ein abgeschlossenes Habitat oder Biotop. Darauf kommt es mir gar nicht so dolle an. Ich möchte sehen, was im Waldboden für Sporen von Farmen oder Pflanzensamen drin ist. Die müssten dann ja irgendwie... Die müssten dann ja irgendwie...